Dienstagnachmittag, Hannover Flughafen. 262 Flüchtlinge treffen mit einem Sonderflug aus Syrien an Terminal D ein. Vor dem blutigen Bürgerkrieg sind bislang über zwei Millionen Menschen geflohen. Ein Bruchteil davon nach Deutschland. Die Aufnahme syrischer Flüchtlinge wird überwiegend aus dem Libanon erfolgen. Bei der Auswahl der Anträge spielen neben Faktoren wie Schutzbedürftigkeit auch familiäre Beziehungen nach Deutschland eine Rolle. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert und begleitet die Einreise der Heimatvertriebenen. Wir haben im Moment etwa 3000 Menschen hier in die Bundesrepublik Deutschland geholt. Sie kommen zum Teil organisiert über unsere Flüge hier nach Hannover, zum Teil auch Einreisen über ein MISA-Verfahren. Wir werden noch mindestens zwölf Flüge haben, bis wir die ersten 5000 dann endgültig hier in der Bundesrepublik Deutschland haben. Aber unser Auftrag ist, neben den 5000 weitere 5000 herzuholen. Also insgesamt 10.000. Das wird uns das Jahr 2014 mit dem Flughafen Hannover noch recht eng verbinden. Der Hannover Airport ist für die Ankunft und Abwicklung der Einreise von Flüchtlingen bestens vorbereitet. Also wir sind natürlich stark interessiert, dass das möglichst reibungslos abläuft. Und von daher haben wir auch hier mit unserem Terminal D eine Spezialimmobilie, wo man das gut darstellen kann. Das ist ein bisschen getrennt halt von dem normalen Passagierbetrieb. Hier haben wir Platz, hier haben wir die Möglichkeiten, entsprechend halt dann knapp 300 Passagiere auch unterzubringen. Und versuchen das dann halt möglichst angenehm dann auch für die Passagiere darzustellen. Dadurch, dass sie ja halt auch schon eine relativ lange Reise hinter sich haben, schon viel erlebt haben, versuchen wir das hier sehr ruhig zu halten. Und dann auch für die vielen Kinder, die dann auch kommen, möglichst angenehm. Nachdem alle Passagiere gut versorgt worden sind, geht es mit Bussen zunächst in die Auffangstation nach Friedland und Bramsche. Und dann geht es mit Bussen síndere und einem Balance her常 über die T memo crabbaren Servus. So, wie Lance dass Werkeische Musik erwartet bis jetzt in dieser Auffangstation sind jetzt richtig los Schwierigkeiten. Dann geht es jetzt ehrlich. Und dann geht es mit brav fears dazu. Und dann wollen wir, das sagen podemAuffang scary, so wie gern mal wie auch immer das einfach có Code haben. Und dann wollen Sie können aber auch gerne werden müssen Sie mit Bussenし Hotel Und weil die Zeit wird sie stinkt schnell.